ja flip classroom ich würde gerne nicht mit dem vortrag anfangen sondern mit einer diskussionsrunde und zwar soll im mittelpunkt stehen die traditionelle vorlesung erstmal in dieser form traditionelle vorlesungen und hat einen hörsaal so wie hier also wo die sitze so aufsteigend angeordnet sind wo alle nebeneinander sitzen wo vielleicht 100 200 300 studierende drin sind vorne der dozent 90 minuten langen vortrag hält und alle dem vortrag folgen beispielsweise mathematik vorlesungen oder irgendeine andere vorlesung die nehmen jetzt mal in den blick ok ich teile mal den raum in zwei hälften nämlich ungefähr hier also ihr gehört noch dazu ihr werdet jetzt die rolle der absoluten vorlesungs liebhaber einnehmen ihr kennt keine bessere veranstaltungsform als die traditionelle vorlesung und euch fallen nur positive aspekte der vorlesung ein ihr hingegen werdet die rolle der absoluten vorlesung hasser einnehmen es gibt keine schlechtere veranstaltungsform eurer meinung nach und euch fallen nur negative aspekte ein ich würde euch bitten jetzt in den nächsten fünf minuten mit nachbarinnen nachbarn zettel rausholen und entsprechend argumente aufschreiben also positive aspekte der traditionellen vorlesung negative aspekte fünf minuten und anschließend diskutieren wir drüber los geht's vielen dank ist in der zahlreiche positive und negative aspekte von vorlesungen genannt worden vielleicht erst mal warum mache ich das weil oftmals vorlesungen der starken kritik stehen also als keine ahnung uralte überkommene lehrveranstaltungsform aus dem mittelalter und so weiter nicht mehr zeitgemäß und so und diese kritik relativ pauschal geäußert wird aber trotzdem natürlich jede menge positive aspekte an der vorlesung oder vorlesung viele positive aspekte hat ich meine jahrhundertelang wird damit gelernt und wir haben damit ingenieure ausgebildeten mediziner und lehrer und so weiter und das funktioniert ja alles eigentlich ganz gut so schlecht kann es auch nicht sein ja gut gucken wir mal welche positive aspekte genannt wurden ein wesentlicher positiver aspekt der oftmals hervorgerufen wird ist methodisch didaktische aufbereitung und ich kann viele inhalte portionsgerecht aufbereiten ich habe 15 wochen zur verfügung und kann schön 15 wochen lang den stoff den ich als lehrender vermitteln möchte mit meiner ganzen expertise didaktisch aufbereiten portionieren und entsprechend ja präsentieren ich habe das ungute gefühl wenn ich jetzt hier total studierenden zentriert mit projekten oder selbst entdeckend oder so daran gehe da kriege ich nicht alles rüber was ich darüber bringen will ich habe auch eine bestimmte zeit zur verfügung das heißt und ich kann meine eigene wertung nicht rein bin ich möchte ja eigentlich aufgrund meiner expertise bestimmte inhalte bewerten hervorheben kommentieren und so weiter das kann ich wunderbar in der vorlesung machen auf der anderen seite ein negativer aspekt entweder genannt wird ist keine geschlossene lerngruppe heterogenität hohe heterogenität das war glaube ich dein hinweis genau ich habe studenten die verstehen nicht so schnell worum es geht gibt andere die langweilen sich und so und ich versiehe sie aber mit ein und derselben präsentationsgeschwindigkeit hilda hat vorhin gemeint das ist ökonomisch 300 leute gleichzeitig mit demselben wissen versehen auf der anderen seite könnte man sagen das ist unökonomisch also dass heutzutage 300 menschen mit bus mit bahn mit fahrrad mit dem auto und so weiter sich jede woche an einen ort bewegen müssen um sich nebeneinander hinzusetzen die klappe zu halten und gemeinschaftlichen rezeptionsmodus zu begeben ja das ist heute sozusagen vielleicht gar nicht mehr so arg ökonomisch sondern sich an einen präsenz ort zu bewegen bedeutet heute dass man sozusagen die präsenz natürlich für besondere dinge nutzen möchte nämlich für die soziale interaktion deswegen kommt man zusammen man muss nicht mehr zusammenkommen um sich gemeinschaftlichen rezeptionsmodus zu versetzen außer vielleicht im theater oder im kino oder so aber da sind die vorstellung auch richtig gut gut ja einfach vorzubereiten für den dozenten ich halte jedes jahr meine vorlesung er hat es ein positiver aspekt also irgendwann wenn ich die routiniert halte muss ich nicht mehr großartig dinge tun also für den dozenten ist es auch effizient gucken wir noch mal ja hier wurde was genannt uni ph keine schule das fand ich interessant also wir sind ja in der hochschule haben andere lehrveranstaltungsformen das war genau der grund weswegen ich in eine ja in eine zwiespältige situation geraten bin und zwar ich lehre ja auch an der pädagogischen hochschule und ich habe jede menge lehramtsstudenten mathematik in der regel aber auch informatik so jetzt habe ich mathematik veranstaltungen also einführung in die mathematik grundlagen modul eins und mathematik didaktik veranstaltung so jetzt erzähle ich in der didaktik veranstaltung so was wie bitte nicht fünf 40 minuten frontalunterricht machen in der schule also zehn minuten unterrichtsgespräch einführen ein thema problemstellung klar machen irgendwie zeigen worum es geht was zu tun ist und dann die schüler zum arbeiten bringen denn die verstehen das nur wenn sie selbst aufgaben lösen müssen versuchen müssen anzuwenden sich mit dem gegenstand aktiv auseinanderzusetzen wechsel danach 90 minuten mathematik vorlesung ich stehe vorne machen 90 minuten frontal vorlesung ja und die studenten natürlich gerechtfertigterweise kritisieren das sagen also das kann doch nicht sein dass auf der einen seite erzählt 45 nicht nur frontalunterricht in der schule machen auf der anderen seite macht er selbst nur frontalunterricht also ich habe mich inkonsistent gefühlt und ich wollte auch in meinen mathematik vorlesungen studierenden zentriert arbeiten mit nach möglichkeit nach möglichst viel individuellem feedback so wie kann ich das machen mit 200 leuten also 200 leute in der regel meiner vorlesung oder 150 manchmal sind auch weniger hallo wie kann ich die in ihren individuellen lernprozessen unterstützen und coachen in diesem setting ich zeige noch mal das grundsätzliche setting von dem ich ausgegangen bin weil man dann versteht wie es sozusagen geändert habe also früher war so input vorlesung 200 studenten kommen im hörsaal zusammen und ich gebe 90 minuten vorlesung einführung in die logik aussagenlogik mengenlehre teilbarkeitslehre und so weiter das führt öfter dazu dass studierende in der vorlesung sitzen und nicht mehr folgen können also typisch bei mathematik vorlesungen man sitzt da und denkt so herr das habe ich aber nicht verstanden ich bräuchte gerade mal zehn minuten pause um das noch mal zu durchdenken was gerade gesagt wurde die kriege ich aber nicht sondern vorne geht es knadenlos weiter und so und dann schreibe ich halt mit um irgendwie noch zu hause nachzuvollziehen zu können worum es in etwa ging um dann zu hause das noch mal nachvollziehen zu können und ja hoffentlich zu verstehen während andere sich gegebenenfalls langweilen ja große heterogenität im hörsaal so dann vorlesung vorbei aufgabenblatt aufgabe 1 bis 6 a bis f wird zu hause gelöst im selbststudium ich sage den studenten zwar immer bitte nicht alleine sondern in lerngruppen zusammensetzen das war dein kommentar also natürlich muss man sich dann anschließend zu hause aktiv mit dem lernstoff auseinandersetzen problem dabei ist es ist niemand da den ich fragen kann also nicht wirklich nicht habe zwar meine lerngruppe vielleicht aber vielleicht hängt man in der luft und so weiter dann sprechstunde kann man vielleicht gehen und so aber beim prozess selbst bin ich erst mal auf mich gestellt und anschließend geht es am ende der woche in das tutorium übungsgruppe kleinere gruppen habe ich ein paar davon mit studenten höheren semesters die diese übungen leiten und die wir sind dazu da um gemeinsam mit den studenten die lösungen zu besprechen das wird dann entweder so gemacht der tutor trägt die lösung vor oder gute studenten tragen die lösung vor was dazu führt dass diejenigen die hier selbst nicht so richtig weitergekommen sind da drin sitzen und vielleicht denken ja klar das ist die lösung aber da wäre ich selbst nie drauf gekommen dass der tutor das kann ist mir klar und dass der gute student ist kann es mir auch klar aber ich selbst hätte nicht drauf gekommen dieses mit dem sättigen war ich extrem unzufrieden gerade im hinsichtlich wie kann ich sozusagen die studenten in ihrem individuellen lernprozess fördern und wie kann ich mehr möglichkeit bieten für feedback für diskussion für das klären von fragen und so weiter und geholfen haben mir dabei die vorlesungsvideos vorlesungsvideos habe ich folgendermaßen produziert ein semester lang ohne überhaupt zu wissen dass ich irgendwas umstellen will ich wollte einfach nur folgendes erreichen ich wollte den studenten die in der vorlesung sitzen und nicht mitgekommen sind die also gerade gesagt haben den wollte ich nachmittags die möglichkeit geben noch mal in die vorlesung reinzugucken das war mein erstes anliegen also was habe ich gemacht ich habe einen studentischen mitarbeiter gebeten mit einer videokamera so ähnlich wie jetzt hier im raum zu stehen und zu filmen ich halte meine ganz normale vorlesung und der steht da filmt ab und nachmittags ist angehalten das ding einfach zu schneiden irgendwie sinnvolle und häppchen und auf youtube hochzuladen keine große postproduktion keine räuspera rausschneiden und so weiter einfach nur möglichst pragmatisch und effizient schneiden hochladen damit die nachmittags zur verfügung steht so ich zeige mal ein beispiel so passen wir mal auf beschäftigen wir uns mal weiter mit diesen komischen unendlichen aber periodischen kettenbrüchen 3 semikolon und dann periode 6 ja also periode 6 im Sinne von was ist das hier das ist die 3 plus 1 durch jetzt kommt es so ich mach mal pause ist klar wie es funktioniert ne es ist jetzt nicht sonderlich super video ne das ist einfach keine high quality production oder so ne sondern einfach drauf gehalten so der studentische mitarbeiter ist angehalten also möglichst die tafel im blick zu behalten möglichst nicht so viel zu schwenken sondern es geht darum dass diejenigen die zuschauern die tafel sehen auch wenn ich mich bewege es kann sein dass ich mich mal so zur seite bewege dann eine anekdote erzähle oder so dann wäre es vielleicht ganz nett wenn er mir folgen würde aber ansonsten nicht zu viel rummachen ganz wichtig ton mit einem funk mikro direkt in die videokamera rein damit der ton gut verständlich ist das ist sozusagen der haupt aspekt von diesen videos ist ton also das bild muss nicht so super sein es kann so ein bisschen kriselig sein und so damit kann man leben aber 90 minuten rauschen oder schlechte verständlichkeit kann kein mensch ertragen das kann man nicht bringen also tun muss sehr gut sein und ja dann hochladen und schneiden so jetzt habe ich das ein semester lang gemacht mit dem ziel dass die studenten eben nachmittags noch mal reingucken können und nach diesem semester hatte ich mein komplettes meine komplette vorlesung auf youtube so in dem semester drauf dachte ich mir okay jetzt habe ich das ja auf youtube also die vorlesung also warum muss ich jetzt noch mal halten also es ist ja quatsch mich jetzt wieder hinzustellen und die gleichen sachen wieder zu erzählen und ehrlicherweise einführung die aussagenlogik da ändert sich nicht so recht viel von semester zu semester also inhaltlich ist mathematik da relativ konstant in den letzten jahren geblieben warum soll ich das jetzt wieder erzählen sondern da bin ich auf die idee gekommen flippt classroom durchzuführen in worded classroom damals wusste ich noch nicht dass es so heißt habe das später rausgekriegt dass es so heißt und die idee das überspringe ich mal ist die folgende im traditionellen noch mal traditionellen vorlesung alle kommen zusammen für den input anschließend müssen sie die aufgaben alleine machen das haben sie vorhin auch genauso formuliert vorlesung hören wir uns alle an aber anschließend muss man sich ja schließlich alleine damit noch auseinandersetzen anwenden sich aktiv mit den inhalten befassen flippt in worded classroom drehts rum input alleine zu hause mit den vorlesungsvideos also die studenten schauen sich zu hause die vorlesungsvideos an im eigenen lerntempo ich habe was nicht verstanden ich drücke pause also ich kann mir pause eine pause gönnen wenn ich was nicht verstanden habe ich kann nochmal zurückspulen professor nochmal anhören ich habe ich nicht ganz verstanden was er gerade gesagt hat kann heute nicht mehr morgen weitermachen und so weiter also mit diesem mit der vorlesung an sich im eigenen tempo auseinandersetzen sich selbst auf ein bestimmtes verständnis level bringen um dann zusammenzukommen wofür es wert ist zusammenzukommen nämlich für die auseinandersetzung für die gemeinschaftliche auseinandersetzung mit inhalten diskussion aufgaben lösen und so das kann ich besser wenn alle anderen dabei sind also wenn ich aufgaben lösen soll ist es gut wenn um mich herum leute sind die das auch machen müssen weil mit denen kann ich reden und der dozent ist da in der situation damit ich ihm fragen stellen kann der dozent wird hier zu demjenigen nicht der präsentiert sondern der berät und also genau die rolle die man eigentlich in konstruktivistischen lernszenarien zu haben sollte der lehrende als coach als begleiter auf der seite der hilfe geben kann natürlich so 200 student in der vorlesung sei mal mehr ehrlich da kann man nicht individuell beraten aber in der situation kann man schon in der ich das jetzt in dieser form umgestellt habe und zwar wenn man diese drei aktivität nimmt habe ich jetzt folgendermaßen geswitcht input selbst studium alleine mit vorlesungsvideos und aufgaben es kommt später noch dann aufgaben bearbeiten im tutorium in den kleinen gruppen die tutoren sind angehalten es wird nicht vorgerechnet keine frontalsituation in der übung die übung ist ein gruppenraum in dem studenten hinkommen können und gemeinsam in ihren lerngruppen an den aufgaben arbeiten und der tutor ist läuft rum und hilft gibt individuelle hilfe feedback im sinne von minimaler hilfe das heißt wenn eine gruppe nicht weiterkommt rufen sie einen tut dann stecken hier und dann sagt er gar nicht schlechter anfangen ihr habt ein paar beispiele aufgeschrieben jetzt macht doch mal eine systematische tabelle oder nicht schlecht gut macht doch mal eine skizze vielleicht hilft euch das und so also gibt so ein paar tipps wie man weiterkommt dann gehen wir anschließend am ende der woche in die vorlesung nicht am anfang also ich als dozent als hauptdozent der veranstaltung ich beginne nicht die woche sondern ich schließe sie ab am ende kommen alle in die vorlesung gemeinschaftlich mit den vorlesungsvideos und die bearbeiteten aufgaben und so weiter um mit mir noch mal die letzten fragen zu klären die schwierigsten probleme zu bearbeiten noch mal bestimmte themen tiefer zu besprechen und so weiter dieser weg vom von der alleinigen auseinandersetzung über die auseinandersetzung in der kleinen gruppe bis hinzu wir kommen als gesamtgruppe einmal in der woche zusammen und besprechen die dinge erscheint mir lernprozess technisch logischer ja ich bin derjenige der als ober experte der veranstaltung die richtig schwierigen fragen beantworten kann ich sollte am ende da sein nicht der studentische tutor der am ende auch nicht alle fragen beantworten kann es ist auch klar dass der wichtigste teil hier ist dass da nicht dass da ich brauche extrem gute tutoren die individuell beraten können weil die sind diejenigen die in der lernsituation individuell beraten können die haben nur 20 studenten in der gruppe ich kann das hier hinten nicht natürlich aber ich kann trotzdem meine vorlesungen so gestalten dass wir möglichst viele fragen besprechen können dass ich noch mal auf studentische kritikpunkte oder unverstandene dinge eingehen kann das gemeinsam mit ihnen besprechen kann okay das ist grundprinzip und jetzt gibt es also gut das geht natürlich auch wenn man keine übungsgruppe hat also wenn man keine übungsgruppe hat dann macht man es halt so selbst studium vorlesungen plus aufgaben vorher und dann kommen die stunden in die vorlesung und dann besprechen wir die aufgaben gemeinsam in irgendeiner form also das mache ich das hier was früher die tutoren gemacht haben und das geht natürlich besser wenn es doch kleinere gruppen sind aber letzten endes je nachdem in welcher situation man sich befindet muss man sich überlegen was können die studenten am besten alleine machen und wann ist es gut zusammenzukommen und gemeinsam bestimmte andere dinge des lernprozesses durchzuführen so jetzt gibt es einige fragen die wahrscheinlich in den köpfen rum schwirren und die würde ich jetzt aufgreifen eine frage die öfter mal kommt es warum videos also ich könnte auch ein skript austeilen oder was ist daran überhaupt neu das ist doch uralt also nehmen wir mal kant oder philosophie seminar lesen sie den text von kant bis nächste woche und dann kommen sie dann reden wir darüber uraltes konzept heißt jetzt nur flippt glas rum okay ist tatsächlich so ist nicht ist nicht neu wird jetzt aber vielleicht ein bisschen gehypt und ja bekommt jetzt besondere aufmerksamkeit gerade durch die videos jetzt kann man fragen warum videos ganz einfach grund also ein grund ist ein etwas oberflächlicher grund ist nicht der hauptgrund aber ich nenne das bei den oberflächlichen grund ist videos sind gerade total in alle lernen mit videos ja also wenn ich jetzt hier keine ahnung einen neuen skateboard move lernen will und weiß nicht wie es geht und ich habe gerade keinen experten da der mir zeigt dann gucke ich auf youtube oder ich will den gitarrengriff lernen und habe keinen gitarrenlehrer was mache ich früher hatte man irgendwie so gitarrengriff auf blatt papier wo so schwarze knödel da abgebildet waren und so weiter und man wusste aber trotzdem nicht so genau und jetzt kann man sich das auf youtube anschauen da zeigt einem einer wie es geht ja ich musste neulich in mein handy damals mein altes handy in meine sim karte einlegen wusste nicht so genau wie es geht was mache ich gucke auf youtube ich muss die waschmaschine reparieren was mache ich ich gucke auf youtube ich und so weiter immer das gleiche und immer mehr machen das auch schüler und studenten mit mathematik vollständige induktion wie geht das noch mal keine ahnung ich gucke auf youtube konstruktion irgendeiner geometrischen situation wie geht das ich gucke auf youtube warum gucken immer mehr auf youtube jetzt kommt der tiefe grund weil es prozesse sind ein skateboard move ist ein prozess den kann ich halt besonders gut lernen wenn ich ihn beobachten kann wenn mir jemand zeigt wie der prozess geht ein gitarrengriff ist ein prozessgitarre spielen das kann ich besonders gut wenn mir zeigt wie es geht und auch mathematik ist prozess das kann ich ganz besonders gut verstehen wenn mir zeigt wie es geht ich habe immer ein paar mathematische prozesse aufgeführt definieren sätze finden irgendwas begründen beweisen systematisieren und so weiter nehmen wir mal das beispiel beweisen man könnte jetzt sagen hey teilt doch das mathe skript aus das ist doch auch okay text lesen die seite sowieso bis sowieso in vorbereitung sondern da stehen auch die beweise drin das problem ist der beweis im skript ist nicht der prozess sondern das ist das produkt beispiel irgendein beweis und da steht dann da sei epsilon gleich die halbe und jeder fragt sich wie um alles in der welt kommt diese person an dieser stelle da drauf und dann ist die antwort ja das war intuition genau an dieser stelle das stimmt natürlich nicht das ist eine lüge weil der mensch der diesen beweis geführt hat ihn nicht einfach so runter geschrieben hat sondern der ist ganz anders vorgegangen da diese aufgabe genommen hat überlegt oh gott wie kann ich das beweisen hat erst mal ein paar sachen hingeschrieben die er weiß vielleicht ein paar setze axiomen und so weiter hat er sich erst mal dem problem genähert indem er vielleicht ein paar beispiele ausgerechnet hat er hat das systematisiert in der tabelle und so weiter und irgendwann kommt die person auf die idee ach mensch wenn ich epsilon gleich die halbe setze dann funktioniert so und dann schreibt er das nochmal sauber auf und das was am ende aufgeschrieben wird das steht im buch jetzt lernen die studenten aber nicht anhand des beweises wie man beweist also diesen prozess diesen heuristischen prozess der auch mal in sackgassen geht ihr wege und so weiter den führt man besser vor natürlich kann man es auch entsprechend aufschreiben aber erstens gibt kaum bücher oder ich kenne keins dass exakt diese prozesse so aufschreibt und zweitens wenn ich das so aufschreiben würde zeige ich es besser gleich also im video kann ich es leichter zeigen und außerdem kann ich dann mit meiner ganzen expertise so seiten überlegungen machen und so weiter und das ganze auch ein bisschen charmant rüberbringen also prozesse jetzt die frage ist videostellung nicht schrecklich aufwendig ihr habt vorhin gesehen nein ist es nicht ich habe genau null minuten investiert also kein aufwand wirklich null aufwand ich habe einfach ein semester lang meine vorlesung gehalten und aufgezeichnet und ab dem semester nummer zwei hatte ich die videos zur verfügung jetzt kann man sagen na gut okay das sind aber keine tollen videos das sind irgendwelche so youtube videos von vorlesungen die sind jetzt nicht besonders qualitativ hochwertig naja also man muss sagen inhaltlich sind sie genauso qualitativ hochwertig wie meine vorlesung bislang also wenn ich davon überzeugt war dass meine vorlesung bislang ganz gut war dann können die vorlesungen inhaltlich schlechter sein plus es gibt ein paar vorteile wie ich kann stoppen zurück spulen pause machen und so weiter das reicht schon ja ich muss nicht storytelling betreiben und großartige inszenierungen machen und was weiß ich das muss nicht sein es genügt für flip classroom die vorlesung abzufilmen und dafür brauche ich keine ahnung 700 euro 1000 euro für einen studentischen mitarbeiter für das ganze semester das hat man vielleicht zur verfügung oder wenn man nicht zur verfügung hat bietet man einen studenten das zu tun oder so ja alternative der videoaufzeichnung ist man macht zu hause möchte auch mal kurz ein beispiel zeigen und so weiter und so weiter und so weiter wie habe ich das gemacht ich habe einen stift laptop also hier einen laptop mit einem stift auf dem ich auf dem monitor schreibe also ganz wichtig nicht mit der maus machen das kann man nicht lesen wenn es irgendwie so also wir brauchen stift auf dem monitor schreiben und ich habe ein bildschirm video programm screencast programm dass das ganze aufzeichnet also alles was auf dem monitor passiert wird aufgezeichnet ich habe so ein kleines funk kleines tisch mikro neben mir stehen könnte auch ein headset nehmen wegen dem guten ton was wiederum wichtig ist also nicht das mikro nehmen vom laptop sondern ordentliches mikro und dann wird alles aufgezeichnet auf dem bildschirm mache synchron dazu die audiostimme und dann anschließend speicher ich lade auf youtube hochfertig so man kann die webcam noch dazu schalten wenn man möchte das ist mein altes wohnzimmer hier unten gewesen wo ich dann abends saß nach möglichkeit die kamera so einstellen dass man die bierflasche nicht stehe sieht genau und dann kann also man muss es auch nicht kann die webcam weglassen ich habe studenten gefragt 50 50 die einen sagen bitte webcam weil ich möchte mich persönlich angesprochen fühlen ich möchte dozenten sehen und so weiter die anderen sagen nein webcam weg es geht um die reine mathematik kein wohnzimmer nichts dergleichen bitte sondern einfach nur mathematik also deswegen mache ich manchmal so manchmal so je nachdem ob ich die haare gewaschen habe oder so das führt zu relativ kompakten videos also kompakter als die vorlesung weil ich mich zuhause hinsatz überlege ich mache jetzt diesen beweis das geht schneller ansonsten der vorlesung laufe ich rum tafel hoch tafel runter wird ein bisschen gelabert und so weiter ist ähnlich wie beim fußballspiel die spielen auch nicht 90 minuten sondern irgendwie da gibt es zwischendrin und so weiter und genau diese zeit spare ich ein beim aufzeichnen zu hause nachteil nummer eins ist kostet mehr aufwand also ich muss mich zu hause hinsetzen die zeit brauche ich erstmal im hörsaal ist wesentlich effizienter für mich und zweitens es wirkt ein bisschen spröde weil keine kein auditorium da ist also im hörsaal merkt man da ist jemand der hört zu ich habe adrenalin ich spreche ganz anders da ist irgendwie der spirit da vom hörsaal und so das ist eine ganz andere atmosphäre das merkt man hier da hilft auch nicht der teddybär den ich vor mich gesetzt habe oder so also das ist irgendwie ein bisschen langweiliger und übrigens ist es auch so man könnte das jetzt hier perfektionieren mit skript zu hause und genau den text vor überlegen und so weiter je mehr ich da rein stecke in perfektionierung umso langweiliger wird das video also nach möglichkeit authentisch erzählen ja auch durchaus mit der gefahr dass man vielleicht mal einen fehler macht ist nicht so tragisch über fehler kommen wir später noch reden genau dritte möglichkeit videos zu verwenden ist gar keine zu produzieren nämlich mit folgendem hintergrund sondern die videos von anderen zu nehmen also wenn sie zahlentheorie als vorlesung haben ja gucken sie mal ob jemanden zahlentheorie vorlesung online gestellt hat kann man auch nehmen vielleicht also genauso wie man auch nicht nicht jeder sein eigenes skript schreibt oder sein eigenes buch schreibt sondern sagt nehmen sie doch bitte das buch von müller meyer schulze kann man genauso gut auch die videos von irgendjemand anders nehmen oder wenn der entsprechend zur verfügung gestellt hat also am besten auch mit dem dozenten einfach sprechen vorher hey ich habe gesehen was eine online vorlesung kann ich die nehmen in meiner veranstaltung in der regel finde leute das toll und freuen sich auch drüber so eine weitere frage die durch die köpfe geht es alles schön und gut aber bereiten sich zuständigen vor also wenn ich meine vor wenn ich darauf baue dass die stelle zu hause die videos gucken und vorbereitet in die vorlesung kommen um dann mit mir darüber zu reden funktioniert das ja nur wenn die studenten sich vorbereiten aber seien wir mal ehrlich das tun sie ja nicht genau das ist ja auch immer das problem von diesen referatseminaren lesen den text von kant und so weiter und dann kommen die ständen und haben die nicht gelesen so und ich glaube das liegt daran nicht weil die studenten nicht vorbereiten oder faul sind oder so sondern weil man es methodisch ganz leicht total falsch machen kann ich kann es einfach von anfang an versauen und dann bereitet sich keiner vor und ich erzähle es mal wie ich es gemacht habe mehr oder weniger zufällig das war gar nicht so sehr mein mein anliegen ja sondern es hat funktioniert und habe ich dann gemacht wie kriege ich es hin dass studenten sich vorbereiten und zwar folgendermaßen ich habe die komplette veranstaltung in selbstverantwortliches lernen gestellt kontext selbstverantwortlichen lernens und zwar folgendermaßen ich tue es mal so als sind sie meine studenten in der ersten vorlesung erste zehn minuten einführen die mathematik erstes semester die zeit in der normalerweise erklärt wird welches buch man kaufen muss und so weiter ok herzlich willkommen zur mathematikvorlesung einführen die mathematischen grundlagen 1 das ist keine vorlesung ich habe die videos alle online stehen ich habe die ganze vorlesung aufgezeichnet video die steht komplett online das heißt sie können die vorlesung zu hause angucken ich gebe ihnen jetzt die komplette vorlesung an die hand außerdem gebe ich in alle materialien sonst an die hand also aufgaben lösungshinweise und so sie kriegen die kompletten materialien jetzt von mir das heißt sie können sich mit diesen materialien selbstständig auf die klausur am ende vom semester vorbereiten also ich verarsche sie nicht und so weiter das wirklich der stoff und so damit können selbstständig vorbereiten das heißt sie brauchen ab sofort nie wieder zu kommen sie schon erste ängstliche blicke ja keine angst sie haben es falsch verstanden ich habe sie nicht ich lasse ja nicht alleine damit sondern ich unterstütze sie ich gebe ihnen jede menge unterstützungsangebote welche unterstützungsangebote gibt es die vorlesung die keine mehr ist sondern ich dann sie plenum oder plenumsveranstaltung einmal kommen wir zusammen am ende der woche um fragen zu besprechen es gibt keine anwesenheitskontrolle sie müssen nicht kommen ja aber wenn sie mit mir fragen besprechen wollen dann sollten sie vorbereitet sein ansonsten haben sie ja keine ja und natürlich sollten wir uns auf die gleichen inhalte vorbereiten damit wir die besprechen können das heißt ich sage ihnen immer nächste woche dienstag bin ich da um mit ihnen fragen zum thema logik zu besprechen wenn sie dieses angebot nutzen wollen dann müssen sie auf das thema vorbereiten mit den videos und den aufgaben wenn sie es nicht nutzen wollen dann machen sie es nicht so oder übungsgruppen das sind tutoren anwesend die helfen ihnen bei dem lösen der aufgaben die sind anwesend fragen zu beantworten sie können die aufgaben über irgendwo lösen wo sie wollen an der neckarwiese in der mensa zu hause und so weiter oder sie können sie im tutorium lösen und da ist jemand da der hilft ihnen auch das ist ein angebot sie müssen nicht kommen alles angebot so das erzähle ich ihnen in den ersten zehn minuten dann erzähle ich ihnen in der ersten veranstaltung so ein bisschen was über ja machen wir gemeinsam eine aufgabe ich zeige ihnen video wie man damit arbeitet und so weiter in der zweiten woche also das entscheidende ist natürlich was passiert in der zweiten woche da kann man ganz viel falsch machen fehler nummer eins ich komme rein und sage so wir haben uns alle auf logik vorbereitet ich fasse das noch mal kurz zusammen wenn ich zusammenfasse bereitet sich keiner mehr vor ist klar okay das ist ein fehler das relativ offensichtlich wird ihr sagen klar macht man nicht fehler nummer zwei ich komme rein so herzlich willkommen zur zweiten woche sollten sich alle vorbereiten frage wer hat alles die videos geschaut so die frage liegt einem irgendwie auf der zunge man möchte wissen wer hat es gemacht ne dummer fehler weil es melden sich 50 prozent so man bringt sich eine ganz doofe situation was mache ich denn jetzt es haben mehr geschaut als die 50 prozent ein paar von denen die es geschaut haben trauen sich nicht zu melden weil sie denken sie kommt dran und so weiter ähm also es hat nur es haben natürlich am anfang noch nicht alle gemacht ne viele haben es gemacht weil im ersten semester ist man irgendwie zuverwürdig irgendwie weiß nicht genau was tut ihm ist und so ne aufpassen dass man nicht gleich runterfällt aber ein paar haben es auch nicht gemacht so also man stellt diese frage nicht sondern voll dermaßen man kommt rein so herzlich willkommen zur zweiten vorlesung wir haben uns ja alle auf das thema logik vorbereitet jetzt holen sie bitte mal ihre mitschrieb raus sage ich gleich wie das angewiesen wurde oder das notizen sie sich gemacht haben aufgaben rausholen fünf minuten mit der nachbarin mit dem nachbarn gucken sie ihre notizen an vergegenwärtigen sie sich noch mal womit sie sich vorbereitet haben und insbesondere identifizieren sie fragen die wir anschließend besprechen sollen bitte murmeln so jetzt von alle unterlagen raus murmeln und so weiter und äh besprechen und fangen an zu gucken was war denn wo sind die fragen und so in der zeit habe ich unendlich viel zeit rumzulaufen und mal zu gucken aha gar kein mitschrieb sie wissen äh sie können jetzt nicht mitarbeiten ne ja ja ich weiß und so okay ähm gut aber klar was machen wir beim nächsten mal vorbereiten ja genau gute idee das heißt ich gehe rum und ähm bringe einige wenige in peinliche Situationen in unangenehme Situationen also ich identifiziere diejenigen die dachten sie können anonym bleiben in ihrer unvorbereitetheit identifiziere ich als ihr seid unvorbereitet das kriege ich nicht bei allen also bei denen da mit ich habe jetzt nicht gesehen dass sie nicht vorbereitet waren ne genau ja genau gut platziert genau aber sowas spricht sich auch rum und so insofern ähm ich bringe einige in unangenehme Situationen erstens zweitens ich kann rumgucken gegenschauen höre so ein bisschen was studenten reden und so weiter und kriege mit wo probleme liegen kann mal fragen stellen habe also mehr kontakt und kriege mit wo sind es schwierigkeiten okay ich komme nach vorne stelle mich hin und sage so jetzt ruhe wie mache ich das mit der ruhe das problem ist gerade wenn man so diskussionen hat im hörsagen wo man ständig zwischen diskussionen und frontalphasen wechselt man braucht immer ewig bis ruhe ist also wenn jetzt alle murmeln 200 leute murmeln wie bringe ich die ruhig das habe ich auch in der ersten woche trainiert ich habe deutlich bin ich auf die idee gekommen aus der grundschule habe ich das übernommen klangstab ich habe vorne so einen klangstab liegen und das trainiere ich mit dem studenten in der ersten woche also wenn der klangstab ertönt wenn der klangstab ertönt es funktioniert wirklich wenn der klangstab ertönt drei sekunden darf keiner mehr irgendwas machen in die absolute schockstarre verfallen also so sage ich es natürlich nicht also absolut nichts mehr machen also nicht reden ist klar aber auch nicht tisch hochklappen runterklappen ordner aufmachen zu machen mäppchen ritsch ratsch und so weiter sondern jeder beobachtet sich selbst einfach klangstab nichts tun so das funktioniert natürlich am anfang nicht das trainiert man ein paar mal und dann klappt es ja also mir wird oft vorgeworfen das ist irgendwie keine ahnung drill oder sowas ich nenne es ritual und ganz ehrlich wir machen das in der volksschubklassen auch so bitte wir machen das in der volksschubklassen auch so und ganz ehrlich und ganz ehrlich es ist nichts und dass das der erwachsenen auch funktioniert genau es ist nichts neues und man darf es auch nicht missverstehen ich mache hier nicht trill and practice sondern ich mache ja situationen in denen studenten aktiv arbeiten ich brauche aber die kompletten 90 minuten lernzeit ich will hier nicht 10 minuten draufgehen und dann pssst bitte ruhig und so weiter das geht auf meine nerven und auf die nerven aller und so weiter und meine stimme ist mir heilig und so also klang fertig so also mummel 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 ding so welche fragen gibt es dann können wir sofort weitermachen da kommen schon die ersten finger fragen und ich beantworte die aber nicht sondern ich schreibe die erstmal an die tafel also stichpunktartig fragen an die tafel schreiben dann haben wir alle fragen gestellt jetzt gehen wir sie nochmal durch und priorisieren sie wer hat auch alles frage 1 da gehen die finger nach oben ich mache so strichlisten wer hat auch alles frage 2 und so ok und dann am ende schauen wir frage 3 das hatten die meisten sie hatten frage 3 gestellt können sie nochmal wiederholen mhm ok hat jemand eine idee das heißt diejenigen die sich nicht vorbereitet haben merken in der zweiten woche ich meine es ernst also ich setze voraus dass vorbereitet wurde ich diskutiere gar nicht ob irgendjemand nicht vorbereitet ist und so was wir dann machen sondern ihr seid vorbereitet ihr holt eure unterlagen raus wir diskutieren eure fragen fertig wer nicht vorbereitet ist hat keine chance sich zu beteiligen kann keine fragen stellen hat überhaupt keine ahnung worum die fragen gehen kann sich nicht bei den fragen antworten beteiligen und so weiter wenn man das konsequent gleich von anfang an so macht dann ist deutlich ich meine es ernst und wenn ihr euch nicht vorbereitet kein problem ihr braucht ja nicht kommen ich zwinge euch ja nicht zu kommen ich arbeite mit denen die das angebot nutzen wollen was erreiche ich dadurch ich erreiche gleichzeitig auch von anfang an einen fokus auf selbstverantwortliches lernen im studium weil darum geht mir es ich kann nicht immer sagen die studenten können nicht selbstverantwortlich lernen die kommen und sind keine selbstverantwortlichen lerner und ich schaffe im studium aber auch gar keine situation in denen ich sie dabei unterstütze das zu machen so forciere ich das extrem so gut das heißt dann anschließend kommt direkt die fragerunde das kann man übrigens auch schon mittlerweile mache ich das nicht mehr so mit wer hat welche fragen gibt es und so weiter sondern die sammle ich vorher schon online in unserer online umgebung sage ich wir besprechen alle fragen im plenum die vorher da drin stehen die studenten sollen die schon vorher online stellen und wenn jemand anders die antwort schon weiß kann er dir da auch dazu schreiben im forum und dann brauchen wir die gar nicht mehr besprechen gut ja und dann gehen wir in die diskussion also frage drei war nochmal wiederholen wir hatten die idee und jetzt ist natürlich die situation kein mensch meldet sich jetzt und sagt ich habe eine idee sondern das wäre wahrscheinlich eine schwierige frage gewesen die ist jetzt nicht so einfach zu beantworten die hatten ja viele also was machen wir ich kann jetzt nicht vorne stehen und warten wir hatten die idee und so dann warte ich zehn sekunden das dauert mir ein bisschen zu lang ich stelle die frage noch und irgendwann beantworte ich sie selbst ne also frage alle gehört alles klar bitte drei minuten mit der nachbarin nachbarn murmeln über ideen wie man auf diese frage antworten könnte murmeln 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 ich laufe wieder rum schaue was die studenten so machen was sie reden infizieren paar mit sie melden sich gleich ah das ist aber eine gute idee die bitte gleich in die diskussion einspeisen und so murmeln 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 komm nach vorne ding klangstab absolute ruhe so okay wer hat eine idee dann kommen die ersten finger und dann sammeln wir die antworten vorne an der tafel und ich moderiere sozusagen die diskussion also der versuch möglichst viel interaktion und diskussionszeit im plenum rauszukriegen durch ritualisierung beispielsweise durch also bewussten wechsel zwischen murmelfasen und phasen vorne diskussionsphasen think pair share nennt man das auch oder murmelfasen oder ich du wir methode und so ja und anschließend nach der fragerunde haben wir die möglichkeit da habe ich aufgaben mitgebracht ich schreibe nochmal eine vollständige informationsaufgabe an die tafel lösen sie die mal zehn minuten wird wieder gelöst ich laufe rum kann schauen was die studenten machen und so weiter nach vorne ding klangstab absolute ruhe so gibt es fragen zu der aufgabe und so weiter diesen aktiven wechsel zur anwendung praktisch dessen oder nochmal fragen beantworten vertiefen anwenden dessen was zu hause vorbereitet wurde jetzt weiterer fehler den man machen kann im kontext ist zu sagen schauen sie bitte das video in vorbereitung auf die nächste woche weil video gucken reicht nicht wenn ich sage schauen sie das video machen die studenten das aber sie machen es genauso wie sie youtube videos normalerweise schauen nämlich keine ahnung abends im bett hier facebook da video und so weiter oder in der essbahn oder beim kochen ich habe also die studenten haben gesagt die kochen dabei ich frage mich wie macht ihr das ja sie stellen den laptop hier hin und dann kochen sie da und hören sie mit einem ohr zu und wenn was wichtiges kommt gucken sie mal hin okay das ist für mich keine aktive tiefe auseinandersetzung mit mathematik also müssen wir es anders machen und meine erste idee war ich muss die aktive auseinandersetzung mit den videos fördern indem ich nicht sage schaut das video sondern bearbeite die folgende aufgabe und dabei helfen die videos also aufgaben orientiert vorzugehen eine erste aufgabe die ich hatte war lückenskript ich habe hier ein skript mit lücken das druckst du bitte aus also auf papier so nicht digital neben den rechner legen und mit stift mitschreiben das ist eine einfache art der aufgabe also hier video über aussagenlogik hier steht eine aussage ist da ist klar da muss was rein und in dem video wird erklärt was eine aussage ist dann muss man es da reinschreiben und das ist so ein bisschen wie diese klebebildchen heftchen wenn man irgendwie merkt da ist noch eine lücke und ich habe irgendwas nicht gesehen also entweder habe ich im video was verpasst oder ich muss selbst denken also beispielsweise berechnen sie den ggt mit dem euklinischen algorithmus der folgenden drei zahlenpaare und das erste zahlenpaar wurde im video gezeigt zufälligerweise ah da ist die lösung dafür und die anderen beiden nicht okay dann muss ich jetzt selbst denken dann kann man da fragen draufschreiben lassen noch auf das worksheet damit sie sich gleich mitbringen ist ganz hilfreich weil sonst vergessen sie die fragen aufzuschreiben quizaufgaben auch eine sache also multiple choice wenn du video nummer eins geschaut hast bevor du video nummer zwei schaust mach bitte diese quizaufgabe und schau ob du alles verstanden hast denn video ist ein gefährliches medium man schaut und denkt alles klar man hat es ganz einfach erklärt bekommen und so und hat alles verstanden denkt man aber ist nicht so sondern man hat es noch nicht wirklich tief durchdacht und tief durchdenken beispielsweise kann man mit solchen quizaufgaben also wenn man hier aussagenlogik eingeführt hat die ersten operatoren und so weiter und dann mal ernsthaft fragt ist das jetzt wahr oder nicht oder ist das wahr oder nicht da muss man wirklich nachdenken und überlegen da hat man vielleicht eine falsche vorstellung vom oder bekommen oder so und das kann man hier dann überprüfen im übrigen auch keine 90 minuten videos zur verfügung stellen sondern kleine häppchen also studenten schauen lieber neun zehn minuten videos als ein 90 minuten video macht Sinn ist youtube format und so und ein bisschen angenehmer also geht mir selbst so geht wahrscheinlich vielen so zweitens ist man gezwungen zu didaktisch zu strukturieren also wir haben einen MOOC gemacht erzähle ich nachher noch und da war unsere Aufgabe oder unsere Vorgabe kein Video länger als zwölf minuten da habe ich gesagt ey Leute es gibt Dinge die kriege ich nicht in zwölf minuten also beispielsweise Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie Beweis das kann ich nicht in zwölf minuten das dauert einfach 30 ja dann haben wir gesagt nein zwölf nein dreißig nein zwölf nein dreißig und dann bin ich auf den Gedanken gekommen okay vielleicht mache ich einfach vier videos draus und überlege mir Teilprozesse in diesem Beweis und die gibt es brauche ich den Satz vom kleinsten Teiler dann mache ich den doch separat und so weiter und das hilft sozusagen dabei auch nochmal didaktisch zu segmentieren zu sagen das Video dazu das Video dazu das Video dazu und es hilft einem auch später die Videos wiederzufinden also wenn einer sagt ich brauche nochmal den Satz vom kleinsten Teiler der war irgendwo beim Hauptsatz elementaren Theorie dann muss ich jetzt nicht 90 Minuten durchscrollen und suchen sondern ich wähle einfach diesen Teil aus gut also Aufgabe in den Mittelpunkt stellen ich habe eine Aufgabe wie beispielsweise die hier das ist ein Schulbeispiel und ich stelle einen Aufgabenmittelpunkt beispielsweise beantworten Sie die folgenden drei Fragen und es gibt Informationen in den Videos die helfen Ihnen dabei also Video eher als Medium zu begreifen um die Aufgaben zu lösen die man vorbereitend machen soll und nicht so sehr Video gucken und deshalb bedeutet aber auch es ist durchaus noch denkbar keine Videos zu verwenden oder andere Medien oder so meine Aufgabe zur Vorbereitung stellen wo kein Video dabei ist sondern irgendein interaktives Tool mit dem man was ausprobieren soll oder Tabellenkalkulation oder keine Ahnung man soll was googeln man soll was recherchieren und so also irgendwelche sinnvollen Vorbereitungsaufgaben und das ist sozusagen auch die Kernessenz von Flipped Classroom Flipped Classroom heißt nicht Video lernen Online lernen E-Learning oder so sondern Flipped Classroom heißt wir wollen die Präsenzzeit effektiv nutzen und Präsenzzeit nutzen wir am effektivsten dann wenn alle vorbereitet kommen also vorbereiten ist wichtig und wenn alle vorbereitet kommen dann haben wir die 90 Minuten das ist eine wertvolle Zeit die können wir am besten nutzen wenn wir uns alle vorbereitet haben und nur noch die schwierigen Sachen besprechen und so weiter Ich hätte eine Frage Ja Weil Sie gesagt haben 9 bis 10 Minuten maximal Ja 12 oder so Ich überlege gerade bei der Vorlesung weil Sie ja auch in der Vorlesung aufgenommen haben wie lange dauert es der Vorlesung und hier dauert die 1,5 Stunden Genau 90 Minuten Und Sie portionieren Genau Wobei das tatsächlich bei diesem Format schwierig ist tatsächlich so zu sprechen dass man diese inhaltlich zusammenhörenden Teile tatsächlich so schön segmentiert aber dann hatte ich tatsächlich sowas wie Beweis Teil 1 von 2 Teil 2 von 3 Teil 3 von 3 oder so Ja Irgendwie so Schieds dir auch gleichzeitig was man selber strukturiert da vorgängst Ja genau Und es gibt auch noch andere Aufzeichnungssysteme Also es gibt Aufzeichnungssysteme wenn man zum Beispiel PowerPoint-Vorträge macht Ich habe jetzt an der Tafel geschrieben es gibt auch PowerPoint-Vorträge Da gibt es auch Systeme die können Video aufzeichnen plus den PowerPoint-Vortrag und dann segmentieren anhand der Folienüberschriften Also dann kann man sozusagen Folienüberschriften ansteuern und sieht das Video zu dieser Folie was auch super ist Gut So dann die Frage Was mache ich jetzt mit den Leuten im Hörsaal Ich habe schon mal Beispiel gesagt mit Fragen und so weiter Aber oftmals kommen dann die Fragen Welche Methoden gibt es denn jetzt für Großgruppen Also welche Methoden kann ich jetzt einsetzen im Hörsaal Und da denken die meisten an sowas wie Gruppenpuzzle Bienenkorb Fischbowl oder sowas Also ganz allgemeine Geschichten Das ist nicht die Antwort Sondern die Antwort ist folgendermaßen Da muss ich auch kurz ausholen Es gibt ein didaktisches Modell Cognitive Apprenticeship das ganz gut passt zu Flipped Classroom Kognitive Meisterlehre ist orientiert an der klassischen Meister-Lehrling-Ausbildung Nehmen wir mal ein Beispiel Schneider-Lehrling Schneider-Lehrling Schneider-Meister Schneider-Lehrling soll lernen wie man ein Hemd schneidert Schneider-Meister Willst du ihn beibringen So, okay Was ist die Phase Nummer 1 Der Schneider-Meister macht es mal und zeigt es ihm Also Modeling Und Das ist jetzt bei der Schneiderei Kann man einfach zugucken In der Mathematik und anderen kognitiven Domänen ist es so Die Denkprozesse kann ich nicht direkt sehen Das heißt Derjenige der vorführt Der Mathematik-Meister Muss seine Denkprozesse externalisieren Also laut denken Seine Strategien äußern Was er vorhat und so weiter Während er das Problem löst Das mathematische Problem Und der Mathematik-Lehrling guckt zu Anschließend geht es dazu rum Dass der Mathematik-Lehrling selbst Aufgaben löst Oder Schneider-Lehrling Und vielleicht nicht gleich die komplexesten Sondern erstmal ein einfachere Also nicht gleich das ganze Hemd schneidern Sondern man kriegt einen Rumpf Man kriegt einen Ärmel Man muss es aneinander nähen Das nennt man Scaffolding Das heißt man gibt erstmal so eine stützende Rahmenstruktur vor Innerhalb der man arbeitet Der Meister coacht dabei Guckt über die Schulter Hilft und insbesondere gibt Feedback Also der macht es nicht gleich richtig Ein bisschen schief angenäht und so Und der Meister sagt Ja schon gar nicht so schlecht Aber vielleicht beim nächsten Mal Dies oder jenes beachten und so Und dann gibt er Feedback Total wichtig im Lernprozess Feedback, 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 Feedback Was man sozusagen in Vorlesungen bislang nicht so richtig hatte Individuelles Feedback Okay auch in der Mathematik ist natürlich so Ja und je komplexer Je besser der Lehrling wird Umso komplexer werden die Aufgaben Und so mehr nimmt der Dozent zurück Failing Gut Passt natürlich auch zur Vorlesung Oder zu Flipped Classroom In der Sinne Der Mathematikprofessor führt was vor Oder irgendeine andere Disziplin Mathematikunabhängig Der Student beobachtet Und anschließend soll er selbst arbeiten Und Coaching und Feedback bekommen Bislang war es so Das ist in der Vorlesung passiert Hier war der Meisteranwesen Hat was gezeigt Und andere rufen zu Und dann gehen wir nach Hause Müssen die Aufgaben lösen Und ich habe die Aufgaben Aber ich habe kein Coaching Und ich habe kein Feedback Ja So Jetzt andersrum Hier ist der Cut Das passiert zu Hause per Video Zeige ich wie es geht Und anschließend geht es um das Arbeiten Und zwar in einer Situation In der ich Coaching und Feedback haben kann Nämlich im Tutorium Und dann schließlich im Plenum Und die Frage ist jetzt Welche Methoden brauche ich hier Und die Antwort ist Es gibt keine allgemeine Antwort Sondern es hängt davon ab Was zu lernen ist Wenn derjenige ein Hemd schneidern muss Naja Dann muss er halt in der Präsenzphase Hemden schneidern Wenn er Aufgaben lösen muss Vollständige Induktionsaufgaben Dann muss er halt vollständige Induktionsaufgaben lösen Und das muss methodisch angeleitet werden Wenn er physikalische Experimente durchführen soll Dann muss er da physikalische Experimente durchführen Und zwar methodisch entsprechend angeleitet Und die Methode entscheidet sich nach dem Inhalt Und das kann nur der Fachexperte entscheiden Und der Fachdidaktiker Wie welche Methoden geeignet sind Um die entsprechenden Sachen zu lernen Da hilft nicht Wenn ich sage Am besten Gruppenpuzzle machen Oder so Hilft mir nicht Wenn ich Hemden schneidern soll Oder so Vielleicht doch Keine Ahnung Ja Wenn man so eine alte Lernzieltaxonomie Von Blumen her nimmt Kann man kritisieren Und so weiter Ist das wirklich eine Hierarchie Ist eigentlich keine Hierarchie Aber wurscht Unten remember Ich kann was erinnern Dann habe ich es verstanden Ich kann die Begriffe auch miteinander Beziehung setzen Und so Erkenne Zusammenhänge Und nachdem ich anders verstanden habe Kann ich anwenden Analysieren Und auch die höheren Prozesse durchführen Bewerten und erstellen Das ist keine Hierarchie Weil ich kann nicht erst verstehen Und dann anwenden Weil durch das Anwenden Verstehe ich ja auch mehr Und so weiter Da gibt es Rückbezüglichkeiten Aber ich muss zumindest mal ein bisschen was verstanden haben Um anwenden zu können So Bislang war das hier früher Teil der Vorlesung Und ganz die Prozesse da oben War Teil zu Hause Flip Classroom Heißt Das hier ist zu Hause Ich bringe mich selbst auf ein Level Understand Und dann kommen wir zusammen Und beschäftigen uns mit den Prozessen hier Was mache ich in meinen Präsenzveranstaltungen Ich mache Fragerunden Think per Share Gruppendiskussionen Aktives Plenum als Methode Das haben wir vorhin gemacht Aktives Plenum heißt Studenten kommen nach vorne Moderieren etwas Und ich setze mich nach hinten Beispielsweise Eine Pro-Contra-Diskussion Pro-Contra Ich gehe nach hinten Drei Studenten kommen nach vorne Einer schreibt die Pro-Argumente an Einer die Contra-Argumente an die Tafel Und der dritte moderiert Oder ich stelle eine Aufgabe Schreibe dir in die Tafel Bitte lösen Sie die Zwei Studenten kommen nach vorne Die müssen die Aufgabe aber nicht an der Tafel lösen Also nicht die, die vorne stehen Müssen rechnen oder so Sondern dann würden die anfangen In Tränen auszubrechen und so Vor 200 Leuten Sondern die müssen nur moderieren Das heißt Eine Moderatorin Ein Protokollant Der schreibt die Aufgabe an die Tafel Die Moderatorin sagt So, wir hatten eine Idee Und so weiter Und dann werden die Ideen zusammengetragen Und der schreibt alles auf Was es gibt Auch an Kritikpunkten Und Fehler, die er merkt Einfach aufschreiben Das Plenum denkt Und beteiligt sich Und ich sitze hinten Und beobachte das Ganze Wichtig nicht an der Seite stehen Sondern ansonsten Wenn irgendwas gesagt wird Dann gehen sofort alle Köpfe zu ihnen rum Um an subtilen Mimik- und Gestikäußerungen Festzustellen Ob es jetzt richtig war oder nicht Also möglichst aus dem Blickfeld Und von hinten das Ganze kontrolliert Können wir vielleicht da gerade noch drüber reden Ja Ich plane meine Vorlesung jetzt so Also mit Strukturskizze Ich überlege mir In der ersten Phase Was mache ich In der zweiten Phase Was mache ich In der dritten Phase Wie gestalte ich die Fragerunde Welche Medien brauche ich Welche Methoden will ich anwenden Und so weiter Und jetzt fühle ich mich wohl Mit meinen Lehramtsstudenten Weil jetzt mache ich genau das Was ich ihnen erzähle Was sie in der Schule machen sollen Meine Lehramtsstudenten Kommen aus der Schule oftmals Mit Unterrichtserfahrungen Die klassisch frontal geprägt sind Ich will, dass sie umdenken Dass sie ihren Unterricht später Schülerzentriert durchführen Nichts gegen Frontalphasen Nichts gegen Unterrichtsgespräche Das sind total wichtig Ich mache auch viele Frontalphasen Unterrichtsgespräche Aber ich muss mir sozusagen Gedanken machen Vom Schüler aus zu denken Und zu überlegen Wie muss derjenige Durch diesen Lernprozess laufen Um das zu verstehen Und wie muss ich diesen Lernprozess gestalten Das sollen sie später können Und die einzige Zeit In der sie umgeswitcht werden können Zwischen eigene Schulerfahrung Und ich unterrichte Ist an der PH Bei uns Und deswegen versuche ich Gleich im ersten Semester Eine andere Haltung zu erzeugen Und das ist die letzte Frage Vielleicht kurz vor der Pause Die Frage wird der Lehrer Die Lehrerin ist überflüssig Sie alle können jetzt wahrscheinlich sagen Quatsch diese Frage Ja in dem Kontext Wird aber trotzdem übergestellt Hey dich gibt es jetzt auf Video Prima Dann brauchst du ja Brauchen wir dich ja gar nicht mehr Machst dich obsolet Wer diese Vermutung hat Hat Flip Classroom Überhaupt nicht verstanden Es geht nicht um die Videos Es geht um die Präsenzphase Es geht darum Dass ich unterstützen kann Coachen kann Feedback geben kann Helfen kann Mit den Stunden diskutieren kann Ich will eine wertvolle Präsenzphase haben Und da will ich dabei sein Ich werde wertvoller als früher Man könnte genauso gut sagen Diejenigen machen sich obsolet Die nur noch klassische Vorlesungen halten Weil dafür gibt es Videoalternativen Also wer eine Vorlesung hält Sicherlich die Haltungsstätten sagen Warum soll ich mir die Vorlesung Von Professor Pose Muckel anhören Von einem Sekundärwissenschaftler Der alles nur wieder kaut Nein Ich kann die Vorlesung schauen Bei So ein Beispiel von Jürgen Handke Der auch in Wörter Classroom macht Ich kann die Vorlesung schauen Bei einem am MIT Der sozusagen an vorderster Forschungsfront Der Oberesperte International ist Der hat seine Online-Vorlesung Online steht Bei dem schaue ich mir das an Also Wir als Präsenzhochschulen Müssten eigentlich gerade Auf solche Konzepte setzen Weil wir unsere Präsenz Kultivieren müssen Wir müssen die Präsenzphase Sinnvoll gestanden Ansonsten können wir Nicht gut bestehen Gegenüber den Online-Angeboten Was wir gegenüber den MOOCs Den Massive Open Online Courses Und den Online-Angeboten Bieten können Ist die Präsenz Und die müssen wir gut machen In nahem Kontakt mit den Studenten Und dafür können wir aber Die Online-Materialien nutzen Und die in den Dienst Einer guten Präsenzphase stellen Das heißt man macht sich Nicht überflüssig Sondern ich benutze das alles Um eine gute Präsenzphase zu machen Und dabei kann ich zum Beispiel Auch die Materialien Vom MIT verwenden Schaut bitte die Videos Von dem Oberexperten Am MIT an Ich könnte das nicht so gut erklären Wie der Der kann das viel besser Der ist der Oberexperte Ich bin nur so ein kleiner Mickriger Wissenschaftler hier Und beschäftige mich damit gar nicht Und so weiter inhaltlich Aber der kann das richtig gut Schaut die Videos an Und ich bin hier Um mit euch gemeinsam In der Präsenzveranstaltung Das zu besprechen Zu diskutieren Vielleicht weiß ich auch nicht alles Was der erzählt Müssen wir es gemeinsam erarbeiten Oder so Irgendwie so eine Haltung So und nochmal das Nochmal zu untermauern Malte Persicke ist auch jemand Der an der Uni Mainz Vorlesung Statistik macht Für Psychologen Sozialwissenschaftler Und so Und der hat früher Eine Vorlesung gehalten In der Form hier Das war die frühere Vorlesung Und dann hat er einen MOOC gemacht Ein Massive Open Online Kurs Das heißt Videos online gestellt Und dann ist das passiert Da sind die Bestehensquoten Oder die Abschlussquote Weiß ich nicht genau Was das für eine Zahl ist Aber es sind weniger geworden Es sind schlechter geworden Die Studenten Der hat gesagt Hey ich habe eine Online Vorlesung Können Sie alle nur noch online lernen Prima Zack Leistung nach unten gegangen Und dann ist er auf Inverted Classroom gestoßen Und hat gesagt Ah machen wir doch Inverted Classroom Also ich brauche die Präsenz Wohl doch Und dann ist sozusagen Die Leistung wieder nach oben gegangen Also die Präsenz ist wichtig Lernen findet nur Und nicht nur Aber viel in direktem Kontakt Und mit Bindung zum Dozenten Und im sozialen Austausch Mit Kommilitonen Und so weiter statt Und da haben wir die Präsenzphase Und die müssen wir nutzen Okay Ich möchte Ja Ja Das war eine klassische Vorlesung Ja Das letzte war inverted Classroom Ja Das ist das Zeichen Das ist weder besser noch schlechter Ja genau Genau Guter Hinweis Also hier ist genauso gut wie vorher Jetzt die Frage Werden denn die Klausurergebnisse besser? Bei mir sind sie nicht besser geworden Sind auch nicht schlechter geworden Sind ungefähr gleich geblieben Es gibt viele Ja Exemplarische Beispielerfahrungen Von Dozenten inverted Classroom Einsätzen Und Alle mir bekannten Ergebnisse Sind entweder Es ist besser geworden Es ist wesentlich besser geworden Bis hin zu Es ist nicht besser geworden Kein einziger Fall ist mir bekannt Woraus kam Es ist schlechter geworden Klammer auf Kann daran liegen Dass das einfach kein Mensch erzählt Ja Kann auch sein Dass es bei bestimmten Schlechter geworden ist Es ist nicht besser geworden Da kann es viele Gründe geben Für Also erstmal Malte Persicke Vielleicht gleich das Beispiel Von Malte Persic Sagen Der sagt Also es klingt jetzt ein bisschen Wie Hybris Ist aber nicht so gemeint Er war vorher schon nicht so schlecht Also er konnte nicht so richtig Viel rausholen damit Und auch bei mir war das der Fall Ich hatte Durchfallquoten Von 10 bis 20 Prozent In der Mathematik ist das Relativ niedrig im Vergleich zu anderen So Das heißt Es ist so ein Wie sagen wir Decken-Effekt Das ist eine Möglichkeit Deswegen hat Malte Persicke Mal Folgendes gemacht Mit einem Dozenten an der Uni Mainz Bei dem es nicht so gut lief Mit den Vorlesungen Der hingegang hat gesagt Hey Also er hat es irgendwie Sehr subtil nett gemacht Sodass der andere Nicht sofort gewittert hat Wo es ging Schlechte Vorlesung und so Wollen wir da nicht was machen Da gibt es Inverted Classroom Können wir zusammensetzen Da hat der Dozent gemacht Okay machen wir mal Inverted Classroom Hat erste Runde Videos aufgezeichnet Hat gemerkt Hat er sich selbst Die Videos angeschaut Und hat gesagt Das können wir keinem zeigen Also das war sozusagen Auch so ein Reflexions Reflexions Aspekt Ja Haben es nochmal eine Runde gemacht Und bei dem sind die Ergebnisse Wirklich erheblich besser geworden So Das mag auch daran liegen Weil er so zwei Runden durchlaufen Und in der ersten Runde Gemerkt hat Das ist didaktisch Aber nicht so gut Ja Also es gibt Keine oder kaum Richtig sauber Experimentell geführte Studie zu Flip Classroom Wo man die Gruppen randomisiert Und so weiter Und alles sauber Absichert Und so Könnte man mal machen Habe ich nicht gemacht Ist unglaublich aufwendig Könnte ich in meinem Kontext Gar nicht machen Ich kann nicht zwei Gruppen Haben mit einem Flip Classroom Und eine andere ohne Flip Classroom Und dann gucken wir am Ende Welche Gruppe in der Klausur Besser abschneidet Dann habe ich die Anwälte Der anderen Gruppe Auf dem Hals Ja Da muss man ein bisschen aufpassen Es gibt kaum experimentelle Studien Es gibt Erfahrungen Anekdotische Erfahrungen Mehr oder weniger Von Lehrern Wenn man es platt sagt Von Lehrern Und von Hochschullehrern Und ja Die meisten Erfahrungen sagen Gut Also gleich geblieben Bis gut Vielleicht kurz zum Abschluss Ich habe den Finger gesehen Ich sage gleich Mein Ziel ist auch gar nicht so sehr Folgendes zu sagen Das ist auch ein Missverständnis Ich gucke die gerade zu der Folie Also keine Angst Die Folie wollte ich nicht alle zeigen Das ist nur mein Repertoire Wenn irgendwelche Fragen kommen Mein Ziel ist gar nicht zu sagen Das ist die beste Methode Und damit steigert man seinen Lernerfolg In seiner Gruppe Es gibt nicht die beste Methode Ist ja klar Sondern es gibt nur Eine Methodenauswahl Aus der ich mich als Dozent bedienen kann Sagen kann Ach ich glaube die Methode passt Auf meine Lerngruppe Auf den Inhalt Auf mich selbst Das ist eine gute Frage Die Methode muss ja auf einen selbst passen Weil ansonsten wir klären nicht authentisch Genau Und wenn das nicht passt Nicht machen Ganz einfach Dann eine andere Methode nehmen Es muss zu mir passen Zu den Studenten Zu den Inhalten Zu den Lernzielen Und so weiter Und ob ich damit erfolgreich bin Hängt von meinem ganz speziellen Kontext ab Die Erfahrungen zeigen Es ist keine so schlechte Methode Es machen andere gute Erfahrungen mit Das genügt Um zu sagen Die Methode kann man mal erzählen Und jetzt muss aber trotzdem Jeder für sich entscheiden Ob ich die Methode verwenden will oder nicht Wie ich sie anpassen kann an meinen Kontext Was ich tun kann um sie einzusetzen Vielleicht will ich sie aber auch gar nicht einsetzen Ich kann sie aber nur einsetzen Wenn ich sie kenne Und deswegen erzähle ich drüber Also mein Ziel ist nicht zu sagen Das ist die beste Methode Sondern das ist eine weitere Methode Die man einsetzen kann Ich habe sie gezeigt Ich habe ein paar Sachen gezeigt Wie ich es mache Und so weiter Und ja Jetzt kann jeder selbst entscheiden Ob er sie nimmt oder nicht Erst hier die Frage Ich denke mir Es ist ja nicht nur Der Learning Outcome Sondern im Sinne des Paragraphenship Von Teaching to Learning Geht es ja um den Lernprozess Also ich denke ja nicht Ob ich jetzt bei der einen Klausur Am Donnerstag Den 19. Mai Zwischen 20 Oder zwischen 13 und 14 Uhr Ein sehr gut Gut oder befrührend Schreibe Sondern welche Haltung Entwicke ich als Lehrerin Als Lehrer Sonst werden wir ja nach wie vor Im Alten verhaften Und brauchen über Heterogenität Und unterschiedlichen Lernvoraussetzungen Lebenslange lernen wir ja gar nicht sprechen Genau Das was mir besonders gut gefällt Ist auch die Freiwilligzeit Denn ja auch Bitt um Lernenden Also Es geht von Lehrverrauen In die Lernenden Und wir haben an unserer PH Diese autonomen Lernenden Forschenden Lernens gemacht Wo alles auf Freiwilligkeit passiert ist Auch bei Teilnahme In Workshops An Reflexionen Und wir haben da sehr gute Feedbacks bekommen Vor allem waren die Studierenden Selbst überrascht Dass sie als Lernende Bedeutung erfahren haben Also ich bin wichtig für die Gruppe Und auch das Vertrauen Dass wir Dozenten In sie gesetzt haben Ja Also ich Ich habe das sicher ausprobiert Und ich denke mir Dass wir Das ist halt ein Prozess Es geht um den Lernprozess Vielleicht müsste man auch die Prüfungen ändern Also diese Klausur am Ende entspricht Vielleicht gar nicht mehr so arg Aber okay Ich habe mal kurz darüber nachgedacht Ob ich 250 mündliche Prüfungen machen will Und habe mich dagegen entschieden Also es ist halt auch Eine gewisse pragmatische Lösung So eine Klausur zu machen Ich kann es auch gar nicht anders Was in der Prüfungsordnung vorgesehen ist Und so weiter Okay Ist einfach so Aber vielleicht sozusagen Um den Prozess Und vielleicht lernen die andere Dinge Die nicht geprüft werden Da bin ich mir überzeugt von Aber ich habe halt keinen Empirischen Nachweis dafür Aber ganz ehrlich Wer hält denn traditionelle Vorlesungen Weil sie sich als empirisch Die bessere Methode herausgestellt haben Kein Mensch Ich habe Vorlesungen Weil es schon immer so gemacht wird Das ist so Das ist denkbar Der hämlichste Argument Wird schon immer so gemacht Mache ich es auch so Das ist der Grund Warum Vorlesungen gehalten werden Oder nicht vielleicht der Grund Vielleicht denkt man Okay das ist sinnvoll und so weiter Aber zumindest gibt es kein Argument Wenn man fragt Ist das für Classroom besser als Vorlesung Frage ich immer ganz kurz zurück Ist das Vorlesung besser als für Classroom Ja Also weiß man nicht Was mich interessieren würde Was sagen die Studierenden dazu Sie erleben ja wahrscheinlich jetzt Diese Art und dann auch die traditionelle Art Und vielleicht kommen wir dort qualitativ Vielleicht trotzdem irgendwelche Aussagen Genau das haben wir natürlich evaluiert Das machen auch ganz ganz viele Weil das auch relativ einfach zu erheben ist Also wir fragen Studenten Wie finden sie die Methode und so weiter Und meine und die Erfahrung von anderen ist Positiv Sogar äußerst positiv Also sie mögen die Methode Lieben ist vielleicht übertrieben Aber sie mögen sie Ja Dann fragt man warum Naja weil man die Videos Nur mal vor der Prüfung anschauen kann Das ist jetzt nicht so mein Ziel gewesen Aber okay das ist total verständlich Ja das ist so ein Hauptargument Aber auch Weil man sich durch die Videos Im eigenen Tempo durcharbeiten kann Und so Also das ist Mögen die total Videos Also Vorlesungen Im eigenen Tempo durcharbeiten Wird geliebt Auch die Interaktivität In der Vorlesung Dass man Fragen stellen kann Alles positiv bewertet Einziger Nachteil Ist es mehr Aufwand zu Hause So Und dann sag ich Okay Es ist nicht eigentlich Es ist mehr Aufwand Als in der normalen Vorlesung vielleicht Aber es ist Nicht zu viel Aufwand Ich hab ja ECTS Punkte Und ich rechne Studenten vor Wie viel studentische Leistung Wie viele Stunden und so weiter Sie zu Hause bringen müssen Und welcher Anteil davon Das Vorbereiten zu Hause ist Wird vorgerechnet Das heißt es ist vorgesehen Ich erreiche durch diese Methode Vielleicht Dass sie kontinuierlicher Zu Hause aktiv arbeiten Und nicht erst vor der Klausur So Das ist sozusagen In deren Wahrnehmung Natürlich mit mehr Belastung Während der Woche Aus meiner Sicht Ist es genau das Was hilft beim Lernen So Und das versuche ich Ihnen auch deutlich zu machen Das sind ja auch alles Lehramtsstudenten Das heißt die haben ja auch alle Die Ebene Dass sie darüber Das reflektieren können Sagen ja das ist schon sinnvoll So und so Es gibt auch andere Kontexte Deswegen ist es nicht die beste Methode Es gibt auch andere Kontexte Ingenieur Mathematik für Ingenieure und so Also das was keiner machen will Ein Kollege schon mal mit dieser Methode Gescheitert einfach Also Selbstverantwortlichkeit Hat nicht funktioniert Der hat es anders gemacht Der hat es anders gemacht Man kann auch machen 15 Wochen In 5 dieser Termine Mache ich am Anfang Einen kurzen Kurztest Prüfe ab Die Vorbereitungen Davon muss man 3 bestanden haben Um zur Klausur zugelassen zu werden Oder irgendwas in dieser Form Wenn es die Prüfungsordnung zulässt Kann man auch solche Sachen natürlich machen Ja Da muss man halt selbst kreativ sein Und schauen wie man die Methode Auf seinen eigenen Kontext anpasst Ja Es geht gegen die Prokrastination Ja genau Das ist genau schieben Ja Das ist eine identische Leistung Das ist gerade in der Vorlesung Endlich In der traditionellen Form Genau Hört sich es an Das ganze Semester Während dann erst Ja Und die die Viel aktiver Genau Die die prokrastinieren wollen Können es weiterhin Weil ich sie ja nicht kontrolliere Aber sie kommen am Ende in Probleme Und das sollen sie dann auch merken Und wer nicht schafft Kontinuierlich mitzuarbeiten Und diese Selbstverantwortung Ernst nimmt Und scheitert an der Klausur Soll das auch Und wer zum zweiten Mal scheitert Weil wir haben zwei Versuche Der soll kein Lehrer werden So fertig Das ist ein ganz gutes Schlusswort Das ist ein ganz gutes��isch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal